Nein! Nein! Wo ist mein Sharkring? Hier! Komm! Aufs Maul! Aufs Maul! Oh, ey, Alter! Das war richtig fett, oder? Na ja, dann habe ich noch eine Viertelstunde vor Raid Schluss, bin ich dann losmarschiert und bin gut durchgekommen. Muss ja natürlich über die ganze Map, Alter. Aber sonst hast du keine anderen mehr getroffen. Oh, da drüben war ein Pferd. Gehört habe ich welcher. Oh, getroffen habe ich sie nicht. Ja. Oh, ist ein Kürbis. Ach, das sind Hunde da drüben. Oh, ich habe ein Pferd gehört. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das vom Spieler ausgelöst wurde. Kann natürlich sein, dass es... Aber es war schon verdächtig laut. Letztens war es auch lustig, habe ich mit einem Duel zusammengespielt. Dann haben wir auch bei uns in der Nähe einen Automatspieler gehört. Und dann sind wir halt immer weiter, haben welche gekühlt, gucken nach. Keiner Automat da. Okay. Okay. Und dann ging es alles weiter. Und dann haben wir gehört, an einem Punkt, wo wir schon gewesen sind, äh, gewesen, ja. Dass da welche sich, äh, wir kriegen. Ja. Haben wir gedacht, okay, laufen wieder zurück. Und schon da mal nach. Und dann war es da so lustig. Das war bei Lawson Station. Ja. In diesem Turm. Da habe ich dann eine Splitterbombe reingeworfen. Habe den einen Partner gekillt. Alter, noch einer. Oh Mann, die haben da auch nicht zugesetzt. Ja, da waren ganz schön viele. Da vorne ist eine, eine Lootbox. Okay. Und dann war es so, gell, dann war noch der andere Partner drinnen. Und den habe ich geflasht, dann bin ich hochgerannt, die Treppe. Aber es war so blöd, der ist als hin und her gelaufen. Und ich habe die, ich habe sechs Schuss daneben gefächert. Und dann, als er, als er wieder sehen konnte, habe ich gedacht, okay, rennst, rennst du hin, versuchst ihn zum Messer irgendwie. Dann zieht er seine Automaten und schießt mich. Boah. Scheiße. Und dann war das der Typ die ganze Zeit, den wir gesucht haben. Mist. Oh, ich habe heute den Video fertig gemacht. Ich musste mich aber durchführen kaputt lachen. Ja. Du bist halt ja so ein Typ, aber da könntest du mich weghauen. Keine Ahnung. So, da war irgendwie, hatte ich, hatte ich was geworfen. Da war so ein Vetter hier hinten im Gefängnis. Da ist so ein Vetter. Und, ähm, den habe ich mit Dynamit in die Luft gejagt und dabei ein Ölfass noch. Oder so ein Fass. Und, oh, ich glaube, das ist gar nicht viel. Und, ähm, da war da eine Öllache und die hat gebrannt. Und ich sage, oh, da war noch Öl. Und du? Ja. Was ist los? Oder so. Man kann es nicht nachmachen. Das muss man hören irgendwie. Es ist... Keine Ahnung. Da könnte ich mich manchmal weghauen über dich. Weil ich dann irgendwie... Du sagst was und ich bin dann auf einmal... Ganz anders mit den Gedanken. Ja, dann ist auch... Ja, keine Ahnung. Der Ton manchmal so, wenn du was erzählst. Ach so. Oder letztens in dem Video, wo... Ah, da... Was ich hier letztens reingestellt hatte, wo wir mit Niki da den Rand hatten, wo wir den Surfer geklärt hat. Ach, mit Niki. Ja. Wie man sagt, na, dann rate doch mal. Niki hat gefragt, wie alt bist du? Und wir so, na, rate doch mal. Und haben uns schon übelst kaputt gemacht, wie wir uns gefeiert haben, dass sie sich übelst verschätzen wird. Ja. Und dann sagt die, hm, Mitte 40. Blöde Kuh. Und wir... Du und ich schon voll am Lachen gewesen. Ja. Und du dann... Das war echt super. Ja. Oh, meine Fresse, als ich das nochmal gesehen habe. Ich erst so... Ich will jetzt noch grinsen und dann so... Wie kommt die da drauf? Ja. Ja. Das hat ja doch der Teufel gesagt. Ah, ich sehe sie. Die sind hier vorne. Okay. Also da bei der Hütte ist gerade einer noch. Laufen irgendwie... die Ränder als hin und her. Hm. Oh. Hatten Hit. Schade, rennt weg. Ach, da hinten. Aber einer war noch hier irgendwo in der Nähe. Okay. Das war brachialer Fernschuss, Junge. Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie der getroffen ist. Nochmal hier den Emulator-Blatt. Das sehen wir uns noch in die Quere. Das wäre uncool. Ah. Ja. Und eine Schwester. Hatten Hit. Ich meine, ich habe sie auch gehittet. Achtung, links von uns. Ich habe gerade ein Schuss. Da in dem Bootshützchen, glaube ich. Ey, toll. Auf die Entfernung habe ich sie mit dem Uppercut gehittet, aber... Ich sehe ja drei Hits kassierbar und lebt noch. Ja. Was denn das für ein Preis? Aber die Entfernung verdienen die schon ein bisschen Damage. Ja, ordentlich. Wenn du theoretisch zwei Treffer bist, dann bist du tot. Ja. Scheiße, Köder. Ja. Ach, da ganz hinten ist eine. Dachte ich getroffen, oder? Die hat mich aber hart getroffen, ey. Stimmt, Skop. Da hinten rennt auch noch einer. Ja. Mensch, jetzt kommen wir her, ihr Mistköder. Mal. Alter, jetzt ist hier noch ein blöder Emulator. Hm. Scheiße. Wollen wir rüber zu Sweetbell. Wie heißt das? Ja, ich glaube, das ist das Beste. Heißt das Sweetbell? Ja, genau. Alter. Ah, hier hinter dem Turm ist die Weird Sister. Die hat bestimmt Skop oder sowas. Wollen wir was auf zu Sweetbell, da fangen wir sie ab. Ja. Außerdem brauche ich Munition. Ey, randaliert halt mal nicht so. Nein. Nein, nein. Wo ist mein Sharkunk? Hier. Komm. Aufs Maul. Aufs Maul. Aufs Maul. Aufs Maul. Ey, Alter. Ey, hier ist lange Munition. Ich glaube, habe ich schon genommen, oder? Und wenn du die Leiter runter gehst, da unten ist auch noch mal lange rum. Ah, okay. Matey Pack. Matey Kit. Ne Kiste. Die Kiste habe ich bisher noch nicht gesehen. Die habe ich schon genommen. Matey Kit haben wir auch nicht gesehen, oder? Ne, bis jetzt noch nicht. Dann nehme ich mal meins. Ah, hier ist eine Kasse. Okay, ich komme. Und hier ist noch mal lange Munition. Bist du drin? Ja. Kannst du mal Tür aufmachen, bitte? Warte. Sag dir danke. Eisenhäuser müssen wir jetzt. Man, kein Medipack hier. Nein, gut. Man nutzt das nichts. Hä? Man fehlt 25 HP. Tja, warum? Oh, dann kommst du die Pfunden. Sehr schön. Ich glaube, ein Krunt hat mich noch mal gehauen. Ah, ja. Was? Ich hatte einen Krunt noch mal gehauen. Der kam so aggressiv angerannt. Hier ist noch mal Munition. Ah, hier ist noch mal böse. Sehr schön. Dann gehen wir los, he? Ja. Zur Eisenhüt. Mhm. Aber hier ist ein Versorgungsboot. Perfekt. Sehr schön. Habe ich was? Ja. Die Sprit sagt, die verbrauchte. Kann man ersetzen. Munition. Soll ich eigentlich voll sein? Ja. Heute geht es schon wieder ein bisschen besser hier mit Zocken. Gestern schon, naja, dann war es ein bisschen auf der Stelle, weil es aber so bisschen schwummrig wieder. Aber heute geht es eigentlich. Es wird immer ein bisschen besser von Tag zu Tag. Ah, das ist doch schön. Aber kriegst du dann auch so ein bisschen Kopfschmerzen davon? Nein, Kopfschmerzen nicht. Es ist bloß schwindelig. Ja, nur schwindelig. Oh, habe ich da ihn gesehen? Nee. Es war bloß. Ein Felsen oder sowas. Wollen wir mal lang? Von rechts ran? Ja. Ja. Ach, die erste kann man ja nicht springen. Ich habe letztens gesehen, da ist einer über eine Stolperfalle gesprungen. Ja, das geht sonst eigentlich auch nicht. Oh. Der ist hier draußen. Der ist in der Hütte, oder? Der hat hier vorne eine Falle platziert. Ja. Oh, hier hinten ist noch ein Kürbis. Offener Dings. Scheiße. Nein. Einer ist tot. Oh. Ist da noch einer? Ja. Stacheldrahtbomb, den du warst. Fuck, der hat seinen Partner wieder geritzt. Ist wieder tot. Achtung, er wirft Dynamit. Aha. Achtung, er wirft auch was. Oh. Wo ist er? Er hat seinen Partner wieder geritzt. Ey, scheiße, Schrotflinder, Alter. Boah, ich hasse. Ne, achso. Ne, der ist matt. Seinen Partner habe ich jetzt dreimal gekillt. Aha. Jetzt hängt er an seiner eigenen Stacheldrahtfalle. Er blutet. Achtung, Schrotflinder, pass auf. Sehr schön. Aha. Er dachte, du bist auf der Wurst zu beher geschwommen, was? Aha. Hier ist ein Medikett drin. Sehr gut. Ah, warte, hier vorne, warte. Oh, hier gibt's. Ne, einfach hier. Okay. Oh, was hat er denn schönes? Limosin. Nein, wer hat denn jetzt hier hinten die Vogelschecher abgeschossen? Ah, okay, gut. Was Medikett verbraucht. Warte, hier draußen ist noch eins. Das ist hier. Oh, sorry. Sehr schön, danke. Hier sind noch eine Munitionskiste. Mhm. Ne, ich dachte mir, bevor hier irgendwie was schief geht, schieße ich mal die Rübe kaputt. Achso, und ich bin voll mit Munition. Alter, wer platziert denn hier draußen eine Bärenfalle? Keine Ahnung. Ohne Sinn. Draußen. Ah, hier ist auch noch mal. Na gut, aber sie hören es dann, wenn jemand so zumacht, aber das kann man auch. Ja, das schon. Guck mal grad mal. Richtung Nordwesten, beim Ausgang sind zwei. Okay. Knall mal ab, oder? Ja. Ja. Dann müssen wir ja. Ich hab ja nur noch. Sein Partner wird bestimmt auch gehört haben. Wird da zwei, dreimal aufgehoben. Mhm. Oh, hier eine Ministrantin. Achso, die hab ich hingelegt. Achso. Kannst du zugreifen, wenn du möchtest. Ah, ich brauche nur. Gegen was hast du denn die hier getauscht? Gegen eine Mosin. Aha. Ich glaube, ich blöcke auch bei meiner Mosin. Schleichen wir hier durch, oder? Nein. Ich wollte grad sagen, muss noch mal kaputt haben, wahrscheinlich. Aber es sah aus, als könnte ich drunter durchdrehen können. Warte, ich gucke nochmal. Wir sind beide so bei 170, da hinten die Äcker. Noch ein Stück weit weg. Okay. Ja. Ja. Das ist doof, ich bin halt One-Hit. Pass auf, der eine ist aber ziemlich nahe jetzt. Da vorne. Weird sister. Weiner hat einen Hit. Ah, Baum getroffen. Oh, siehst du, ich sag's doch, One-Hit. Die hat doch nochmal Sinn. Schade. Nein. Nein. Was macht der denn Fächern? Keine Ahnung. Schade. Schade. Die haben nur ekelhafte Hitmarker verteilt. Vier Kills. Schön. 30 Kürbispunkte. Oh ja. Langsam, langsam geht's voran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.